So Freunde und Willkommen zum ersten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauberstehung. Drei Sterne und Grün ist gesperrt. Wir machen das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich habe noch die Zeit gefunden, das eben schnell aufzunehmen. Ich hoffe, es kommt auch rechtzeitig oder ist auch rechtzeitig dann online. Um den Rest kümmere ich mich dann heute Abend. Irgendwann, also die neuen Helden bei der Elementarbeschwörung, die Elementarquiz, sowas. Das läuft alles dann morgen. Ja, weil wie gesagt, heute hat mein Papa Geburtstag und dann habe ich ja jetzt nicht so viel Zeit. Jo, die Helden stellen wir dann halt auch vor, weil da werde ich ja auch beschwören. Deswegen, das machen wir dann in einem Abwasch und nicht dann hier in dem Turniervideo. Okay. Turnier hat gerade angefangen. Wir gucken mal. Also, ne, meine Defensive. Zweimal Miniemacher. Ich wollte unbedingt mal Oberon mitnehmen, ja, weil das Gift ist nicht cleanbar, nicht säuberbar. Und dementsprechend tickt das die ganze Zeit. Und weil keine Heilung da ist, könnte das vielleicht schon ziemlich unangenehm sein. Das ist der Hintergedanke dabei. Okay, wir können mit Gelb reingehen. Das ist eigentlich gut. Grün können wir nicht nehmen. Das heißt, wir können Gelb und Lila nehmen oder Gelb und Blau. Ich würde tatsächlich Gelb und Blau nehmen wollen. Weil dann können wir nämlich auch so halt spielen. Drei Gelbe. Dann nehmen wir noch... Dann nehmen wir ihn noch mit. Und ich hätte gerne ihn dabei. So, Defensiv-Truppe, Defensiv-Truppe, Angriff, Angriff, Angriff. Das passt alles. Okay, let's go. Mal gucken mal. Schön. Da sieht schon mal... Achso, Krieg. Ja, sind zwei Livestreams. Bei dem einen Livestream war die Verbindung schlecht. Da war ein Angriff drauf. Und dann habe ich den Stream neu gestartet. Und danach lief alles. Also, ich habe dann einmal kurz den Strom gekappt. Und danach ging es wieder. Also, für diejenigen, die gestern dabei waren am Anfang. Und dann das nicht mehr mitgekriegt haben. Die Angriffe sind alle da. Nicht, dass man was verpasst hätte. Weil es war halt wieder ein Murks. Aber ich bin im Moment nicht gesegnet. Was das angeht. Deswegen habe ich auch irgendwie meine Bedenken, dass ich bei Beschwörungen auf einmal gesegnet sein sollte. Wir werden das sehen. So, okay. Das war gut. Wir spielen den Diamanten durch die Mitte. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht irgendwas ghosten können. Können wir nicht. Aber wir haben ein gelbes Match. Er löst sowieso gleich aus. Also, spielen wir das da rein. Halo passiert nichts. Außer, dass er cleant. Von daher können wir jetzt warten, bis er auslöst. Aber wir feuern hier schon mal drauf. Hier sein können, dass er häufiger trifft. Er soll jetzt erst clean. Aber jetzt machen wir nämlich Minions an. Bei ihm ist keine Blindheit mehr, weil sie das gecleant hat. Das ist auch gut. Wir gehen auf eine Mahage. Hier, rotes Match rüber. Bringt die beiden blauen nach oben. Und wir haben ein blaues Match. Ja, sehr gut. Wir können jetzt hier gelb ghosten. Dann können wir wieder gelb ghosten. Ach, guck mal an. Alle drei Minions hier, alle drei Eulen sind auf ihn gegangen. Das ist ja auch schon wieder ein Ding, ne? Sie feuert nur einmal. Stimmt. Planchard regelt. Okay. Mit seinem Holzschwert, ne? Sehr schön. Free Evil. Jo, da bleiben wir bei gelb. Wir brauchen ganz viele Minions, um ihn eventuell aufzuhalten oder um uns ein Polster zu verschaffen. ein Cleaner wäre natürlich hier ganz, ganz nett. Die Konstellation gelb und blau finde ich eigentlich gut gegen das Team, aber ich brauche halt jemanden, der cleant. Da habe ich keinen. Ihn, aber nur zum Clean mitnehmen ist ein bisschen schwierig, ne? Habe ich in gelb irgendwas? Ne, das Candy. Der cleant aber auch nicht. Rekette. Ich habe keinen Angreifer, der cleant. Das ist... Das ist Mist. Bringt da sowieso nix. Das wäre nur er hier. Aber er ist halt dann die Lusche, ne? 482. Das ist halt nix. Das ist halt einfach nichts. Irgendjemanden, der Schutz gibt. Ich probiere es einfach so. Ich hoffe einfach, dass wir Tree Evil killen können, ohne dass er auslöst. Das ist jetzt... Darauf setze ich alles. Okay. Das sieht schon mal nicht gut aus. Scheiße, Mann. Ach, yeah. Grün geht in Rot. Der Blaue ist hier oben. Wir könnten runterziehen, hätten ein blaues Match. Wenn wir die Lilanen machen, haben wir ein blaues Match. Und die Grünen gehen da noch rein. Ja, machen wir das. Oh, je. Dann kassiere ich aber auch wieder richtig, ne? Voll in die Fresse rein. Okay, wir machen, ähm, den Diamanten und ich hoffe einfach mal... Oh! Dass das reicht. Oh, je. Reingehabt, ja. Junge, Junge, Junge. Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Steine her? Sowas bräuchte ich in den richtigen Kriegen im Moment. Dass wenn ich da wirklich nur Scheiße habe, dass dann danach auch was Gutes kommt. Und da ist es im Moment so, dass das halt alles zu schnell geht. Die Gegner sind zu stark, zu schnell, wie auch immer. Das ist nicht ganz so einfach. So, er heilt nicht. Deswegen spiele ich da jetzt rein. Ich hoffe, die Minions, ähm, machen jetzt hier erstmal ein bisschen Betrieb und killen da. Dass wir die Rakettere wegkriegen, bevor sie auslöst. Deswegen wollen wir auch nicht in Rakettere reinspielen. Aber wir haben es geschafft. Changloin haben wir besiegt. Mr. Changloin. Gut. Gut, gut. Gut. Den kennen wir nicht. Dorn. Grün können wir nicht nehmen. Blau. Lila. Ich mag eigentlich das Team. Das ist eigentlich gar nicht mal so so übel. Wir spielen mit dem mal weiter. Weil wir auch quasi dabei haben, ne, gegen Dorn und so. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, wir machen Bewegung. Das sehe ich schon auf den ersten Blick. Wir spielen Blau-Lila, das in Grün geht. Der Rote setzt sich hier hin. Wir haben aber auch noch weiterhin unser gelbes Match. Hier haben wir ein blaues Match. Also, das ist erstmal ganz gut. Ein bisschen auch Bewegung reinkriegen. Vielleicht kommt da was Schönes. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Okay. Vielleicht kriegen wir, wir kriegen die Blauen sogar an. Bevor Dorn auslöst. Hoffe ich. Jetzt keine Combo kommt. Okay, gut. Ach ne, Dorn ist gar nicht an. Was ist eine Schweinerei? Egal, ich schicke ihn dann mal los. Wir machen das jetzt hier. Okay. Okay. Äh, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben hier ein blaues und gelbes Match und dann hier ein gelbes Match. Wenn ich dieses gelbe Match mache, könnte ich eventuell Dorn besiegen. Mit den, mit zwei Steinen nicht. Ähm. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich mache mir halt viel mehr kaputt, ne. Deswegen machen wir das so. Und hoffen, dass einer von denen Dorn trifft. Das ist nämlich jetzt perfekt gelaufen. So. Wir wollen, dass wir sie erstmal loswerden. Der nächste, den ich loswerden möchte, ist eigentlich da hinten der Tree Evil. Und da arbeite ich jetzt mal dran. Okay, die blauen. Schön. Ja, okay. Okay, gleich mit Leben. Okay. Das tut ein bisschen weh. Ach, guck mal. Der Minion hat jetzt perfekt Poppy getroffen, ne. Das war, das war echt, echt nett. Das muss ich ja mal sagen. Und sie trifft halt nur einmal, ne. Aber wir hätten es so oder so gewonnen, auch wenn jetzt Poppy gerade nicht getroffen worden wäre. Da wäre nichts mehr passiert. Jetzt wird sie wieder getroffen. auch schön. Ach, guck mal, er mit seinem, mit seinem Holzschwert kann wieder den finalen Touch machen. Sehr gut. Gut gemacht, mein kleiner Junge. Machst du gut. so, Balthasar. Ja, gelb. Gelb und ich würde grün eigentlich nehmen, kann ich aber nicht, also bleibt's bei dem blauen. Drei doppelt Gelimit-Breakte. Gucken wir mal. Das Lila-Match mache, habe ich ein Vierer. Das finde ich gut. Wir können natürlich auch, ne, können wir nicht mehr. Wenn ich den jetzt nämlich mache, dann geht das hier in die grün und dann sind der und der nebeneinander. heißt, zu dem jetzigen Zeitpunkt kann ich keine zwei Dreier-Matches mehr machen. Jetzt müssen wir es leider so machen und ziehen denen die Bombe dann hier rüber. Ich würde tatsächlich dieses Match hier machen. Wir könnten auch dieses machen, dann hätten wir hier die blauen. Wenn ich die mache, setze ich mir das blaue unter Jarif. Wir haben einen Gelben hier in der Ecke. Also mit Gelb können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Balthasar kann ich eigentlich auch einstecken. Weißt du, wir machen das so. Wir spielen erstmal da Balthasar. Okay. Hahaha. So. Gehen wir mit seinem Wert dahin. Genau. Sehr gut. Ach, das war nicht geplant. Copy hält das nicht aus. Der Rest müsste aber aushalten. Sehr gut. gut. Also Karil, den wollen wir erstmal blockieren da. Ein bisschen zumindest. Mal gucken, dass wir den Diamanten noch nicht machen. Ja gut, ich wollte eigentlich dieses blaue Match haben, um Dawn anzumachen. Rief aber auch so gut. Wir machen jetzt das blaue, hier kann gelb nachkommen. Schön, dass das in den Turnieren zumindest funktioniert, so wie ich mir das denke. Dann haben wir das auch gewonnen. Okay, letzter. We are three evil. Toppelt gebraked. Jetzt wird's knifflig. Also jetzt brauche ich echt ein gut gelbes Board. Na, wir hatten schon schlechteres heute. Gelb hier unten und gelb blau hier oben. Das ist das Maximum, was ich mir auf den ersten Blick erspielen kann an gelb und an meinen Stein. Da müssen wir einfach mal gucken. Reichen wird's natürlich bei weitem nicht. Genau. Hab ich mir nämlich gedacht. So. Wie machen wir das jetzt weiter? Wir könnten die roten spielen. Der blaue geht hier hin. Dann haben wir hier noch ein blaues Match, aber er löst dann aus. Gelb, wenn ich die grünen spiele, ist der gelbe hier. Auch nicht so viel. Naja, müssen wir schon so machen. Okay. Aha. Mist, äh, im nächsten Zug, er hat zwei Steine, dann ist er an. Okay. Fuck. Das war wichtig. Das war ganz wichtig jetzt. Ganz, ganz wichtig. Ich werde als nächstes ghosten, höchstwahrscheinlich. Ne, ich werde hier reinspielen, damit ich hier die kriege. gehen wir mal auf ihn. da spielen wir rein. Machen das jetzt so. Dawn an. Okay. So. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ach, wir haben es weg bei ihm. Das ist sehr geil, dass das bei ihm weg ist. Der Attack Down. würde gucken, weil er auf alle geht. Da zeitnah vorankommen. Er löst eh aus. Wenn ich das mache, was er vorschlägt, dann ziehe ich den gelben hier hin und hätte hier ein gelbes Match unter Mewe. Die würde aber vorher auslösen und wir hätten Defense Down drauf und dann kommen die beiden. Das ist nicht so geil. Deswegen machen wir das gar nicht. Jukka Hain löst aus. Das war nicht so geil. Oh. einer eventuell schafft dann quasi. Okay, lass mal gucken. Sie gibt sich ja nur Mana. Man könnte gucken, ob man hier irgendwie gelb runter kriegt. Kriegen wir. Achso, ein Auto Tech reicht. Ja, gut, dann hätte ich mir gar nicht so viel Gedanken machen müssen, wenn ich das mal gewusst hätte, dass ein Auto Tech da schon reicht, um ihn rauszuhauen. Er ist noch nicht mal gebraked, Alter, was ist das denn? Ja, ich hatte ein Defense Down drauf, aber ich hatte auch einen Minion drauf. Und das ist halt wieder so ein Dulli, gegen den ich verliere. Und das alles, weil ich keinen vernünftigen Cleaner habe, um das hier wegzumachen. Hätte ich einen vernünftigen Cleaner oder einen, Immunität gibt und schützt, dann hätte ich das Problem nicht gehabt. Weißt du, gegen so einen Dulli verliere ich? Gegen die anderen klub das. Wahnsinn. Da sieht man, welche Macht immer noch dieser kleine Baum hat. Wahnsinn. 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 Einfach ein Arsch. Ach ne, das war der Defense Down von Maven. Die hat ja da auch nochmal reingescheppert. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, in dem Fall, wir hätten ihn wegkriegen müssen, bevor er auslöst. Und wenn er halt auslöst, dann schleppen wir die ganze Kacke halt die ganze Zeit mit. Das ist halt das Problem. Gut, wir haben eine Elementarkiste, die gucken wir uns natürlich auch an. Da trudeln schon die ganzen Geschenke rein. Okay, das ist wirklich was. Was haben wir hier? Okay, danke und danke. So, jetzt zeig mal hier, was du hast. Wow. Da sind schon mal meine vier Sterne Materialien flöten gegangen. Meine Silbermünzen habe ich auch wieder. Sag, kannst du es nur noch mit dem Alpha Ether raushauen. Ach, Gott, das ist halt schlecht. Das ist halt wirklich schlecht. Also im Moment habe ich mit gar nichts so wirklich Glück. Läuft nicht. Läuft weder auf der Loot-Seite noch auf der Beschwörung-Seite. Gar nicht gut. Gar nicht, gar nicht gut. Was ist das? Achso, ja. Klar. Die kommen auch immer direkt hintereinander, diese Angebote. Ja, das wird es wahrscheinlich diesmal sein. In den beiden neuen Helden. Ja, das werden wir auch kaufen. Gut, okay, dann schauen wir mal. Ich melde mich jetzt für den Rest des Tages erstmal ab. Heute Abend kommt noch 18 Uhr, aber da kommt nochmal dein Leid. aber das ist ja vorproduziert, also von daher, da habe ich jetzt keine Arbeit mit. Dementsprechend heute Abend noch dein Leid und dann sehen wir uns morgen wieder und dann kümmern wir uns um alles um die neuen Helden, um das Turnier, um mythischer Titan und so weiter und so fort. Also, macht's gut, wir sehen uns, ciao, ciao.